Musik Ein Hauch von Weihnachten weht bereits durch das Rathaus in Niederfrona. Am 2. November eröffnete der Heimatverein in der Galerie im Erdgeschoss eine Ausstellung mit Arbeiten des Schnitzers Gerd Hirschmann. Viele bergmännische Szenen hat der Hobbykünstler aus Niederfrona in Bolz verewigt. Präsentiert werden die auf der Pyramide oder in den Buckelbergwerken. Angetan scheinen es dem Schnitzer die Schneeberger zu haben, denn von deren typischen gelben Hosen erblickt man so einige. In der Ausstellung werden noch eine Vielzahl anderer Schnitzkunstwerke gezeigt. Die Motive aus der Gegend, wo die Wälder harmlich rauschen. Wer die Arbeiten des Schnitzkünstlers Gerd Hirschmann in Augenschein nehmen möchte, muss sich beeilen. Denn die sind nur bis zum ersten Advent zu den Öffnungszeiten des Rathauses Niederfrona in der Galerie im Erdgeschoss zu sehen. In der Ausstellung 1992 Die courtroom von A.B. von A.B. Vielen Dank.